ja das wird ja mit dem strecken aufhören los komm um sie sind jetzt hier in strolle strolle manche da ist so ein e mit dran hinten er sagt auch dithelways und nicht dithellatsche so quest annehmen tja macht das mal am tun siehst du bleib mal hier oben scheiße schon wieder so eine fehlermeldung dachte ich schon tot sollte ich dich mal irgendwie ich kratze dich mal eben vom boden auf falls ich nicht über dich überlaufen versehentlich hier du liegst aber irgendwie komisch naja soll ich ups das ist irgendwie auch recht wo ist denn dieser folie an der ziel ist dieser andere folie an der ziel ich bin zu kommst du dann auch mal erscheinst du mal bitte hier unten ich habe das gefühl ich habe mir noch einmal mal d dann braucht der ewig, bis er mal schießt ist die auch so tot, wie man sonst immer hier an diesen Kackphasen hängen, wenn die sich dann hier ver- multipliziert hat oder so ein Scheiß ja ich sag ja nur ich muss hier noch was einsammeln mach nicht mhm mhm mhm, das klingt immer so wie leck mich im Arsch im Arsch ok vielleicht gucken hier Kinder zu also, hallo ich brauch hier irgendein Buch was ist denn dieses Ding? irgendein Kälte irgendein Kälte mir wird es irgendwie hier auch angezeigt irgendwo Kälte Satz unnützes wissen ist ja schiet ach hier liegt was tiefgründig ist auch tiefgründiges wissen ok weiter geht's was, hm ach stimmst mir zu Zustimmung ok 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 read ok 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 blöd bleibt dann versteht um noch mal nix besser gut das buch ist halt weg da liegt auch noch eins ich hab das buch selber ja 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 die ist doch tot dann verwandelt die sich doch nicht mehr bleib hier offensichtlich mach mich nicht immer so nach hier müsste auch irgendwo was rumliegen hallo man kann nicht über diese 30 zentimeter zu springen gibt's doch nicht mehr ne 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 bin so cool ja viel aus ihm kenn ich die schuhen der sieht voll hässlich aus guck dir mal an wie der haare hier oben nichts drauf aber an der seite hin ja schon ob manche der knall also ich muss auf den toten schild worden das ist ja es blöd dass sie es so verkleinert haben ich soll echt nach vorne laufen und da die kürze abgeben nein der steht doch hier 30 gold 60 gold so so dann weiter zu nächsten so tschüss